Wie heißt die Map? Hunted Ja, Hunted Ich war in der Noelle, hab einfach gemütlich über die Map geworfen Und BATZ! Hab ich immerhin getroffen Wir sind zu flott als Rapper Ja, ich mach auch grad ein Video Wenn ich mit der M14 reinschwitze Weil ich hab sie ja gestern gezogen im Pack opening Video Könnt ich gerne mal reinschauen Wer es noch nicht gesehen hat So, ich mach jetzt mal einen auf Ninja So Ich weiß nicht wie ich werfen muss, aber ich tue es Also ich versuche es einfach mal Mir ist der Map ist echt schwer So, hier, keine Ahnung Klasse Äh, ja, ich hab da vorne mal ein Mal auf Ninja-Lversuch Hier ist... Eigentlich hab ich auch ausgesetzt, die kommt Wir müssen ja nicht sein Schade Wer kommt der rein, schwebt die Hunde Über zwei Schüsse eines Mädels tot Da ist gerade noch mal in der Mitte Nein, da ist auch einer vor Von hinten. Bro, na? Und der Fett will doch gleich seinen Tagesdoppel öffnen. Ja, bei Tagesdoppel werde ich dann auch gleich öffnen, dann werde ich so nach der Runde öffnen. Ich würde schon sagen, dass hier was für gut abgeht. Aber das war ein guter Wurf jetzt. Warum habe ich keinen getroffen? Das war's quasi. Ohne bereit für Befehle. Warum habe ich hier jetzt nicht getötet? Derimeter auf 10.000 Fuß über normalen Rollen. Halbzeit. Drohnen Treibstoffkontrolle abgeschlossen. Der wird jetzt nicht getötet. Vollstrecker Anschluss. Drohnen Prioritätsanforderungen erhalten. Umleitung. Das war wieder ein neuer. Ich habe gleich Geist. Oh nein, ich wurde von hinten geholt. Scheiße. Vorher glaube ich zwei oder drei Kills vor Geist. Oh, bitte. Wo sind ich noch? Ich habe noch keine Schüsse mehr. Ich habe noch 30 Schuss. Boah, mein Aim, alter. Blackbark, kass. Battery abgeschossen. Heißt ihr mit? Ja, das stimmt. Nur er hat es mit dem M14 schon. Ich will dich auch haben, weil ich es relativ gut bin. Das ist okay. Ich fühle mich schon richtig krass eigentlich. Was ich gerade gemacht habe, das war recht krank. Das ist das so. Das war ein Klant. Nein, der hat mich noch holt. Aber aber alles scheiße ist, ich habe es halt einfach nicht aufgenommen. Feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet. Irgendwie gefühlt neben mir halt... Blitzladen-Koordinaten erhalten. Passiert halt immer nur so krasses Zeug, weil man halt nicht aufnimmt, ne? Der Chank Wegeschlagen. Super. Nein! Shit! Alter Junge, der blockt man T4. Ich habe nicht am Haus was gemacht. Komm, zeig dich. Nein, von hinten. Alter Junge, das läuft doch gar nicht mehr. Nein, Alter, das war recht krass. Komm, zeig dich. Pull, der ist jetzt. . Es geht mal INSCHER. es war meine jungen oder in alter oder die kurze oder kritisiert ob der letzte scheiße schwer der muss aber echt perfekt werfen wo ist ein fahrt manche aber nicht und Köln aber man lernt man kann so schnell mit der Fakten Oferstol aller Kostik wie los ich bin zu viel mehr da bist ziemlich scheiße Jung der kennt oben schon das Schottkampf in der Ecke jetzt ist er auf Gold das geht aber nicht hier, du sollst hier aber nicht rein da war noch ein Hithel und wäre er tot gewesen feindliche Hellstorm unterwegs das ist laut auf den Lappen, da griff ich keinen ich würde jetzt doch ein Jäger sein Schwergegner ich habe schon bewusst das Heile kommt nein der Kameraden 1810 ist ja nichts hier hier ich bin fast 55 komm, täglich feindliche Drohne näher zu feindliche Schwebeladung im Operationsgebiet oh nein ich wusste es was was das ist ja ein bisschen nach hier ist nicht gekauft wir gewinnen die für so ein Low Level eigentlich relativ Low Level ne eigentlich sind wir eigentlich gar nicht so schlecht nein ich hätte ihn nicht stehlen können nein der Team ich könnte schon Alter verbündete Zählen unterwegs mein mein niger kill ich hätte sie tausend mal an ich würde alles ich würde es nicht verlieren ich würde es nicht verlieren ich würde es nicht verlieren das ist heute in die Spitze das ist ein Kassel Ehebis und die gewaltige Riesung der KM so wie sie könnte einmal mein emblem ausständen ich bin aber das wieder nicht ich auch nicht egal ist der schwarze humor noch sehr trockner viel trockner schon fast ausgedruckt so viele kinder in afrika doch lassen im 200 irgendwas 255 9000 fehlend so lange mache ich noch vier und war es scheiße auch scheiße ich habe scheiße kommt Dankeschön was überhaupt was sie in der Schuss wir haben aber ein Banner er wird sich hier unbedingt die 10er Packs holen so wie ich gestern ich denke ich kann also ich kann zu dem Wunsch aber aber klassisches die Lüge aber ich glaube es ist auch noch was im Team das war ein paar Jahre nein so wie mein Glück ist, ist es schon so, ja morgen was machst du morgen? morgen, äh fahren kannst du überhaupt fahren mit dem neuen, mit dem alten hatte ja natürlich kann ich damit tun ich kann ja nichts machen so noch die Runde und dann war es das Video nur so ja bei mir vielleicht noch eine und noch zwei Runden halt bis ich Level 52 bin und dann wird auch noch nicht, tut mir leid, ich habe mich mal gestern mit äh bis Level 50 gemacht, aber ich war sehr müde, da komme ich überhaupt aus, äh, was ist ja ich auch und ähm, weil es die ganze Zeit gebackt hat, dass wir in kein Spiel rein konnten, dass wir halt nicht mehr suchen konnten, wir konnten nicht mehr eigene Spiele spielen ja, stimmt ja wir können auch nicht, wir konnten auch nicht mehr mit Zombies spielen ja, wo wir dann neu gestartet haben, konnten wir halt wieder an alles rein und wenn wir halt neu gestartet hätten, wäre das Film sowieso aus wegen haben wir lieber gleich ausgemacht da gibt es halt jetzt ein Widerwünsche 55 Werde zu umständlich wäre ich würde auch ankert sein so wie er es heute bei mir wahrscheinlich nicht, weil es scheiße halt, warum ist es bloß? ich stehe nur drei, das schneide ich raus warte mal, das kann ich gar nicht mal rausschneiden da haben wir so kein Programm mit äh, komischem Schwer-Effekt-Turie-Kunde das stimmt ja auch nicht ja, der ist ja auch so nein, zeig ich egal, welches werden wir bearbeiten, aber da hätte ich so einen Speicher dafür dann wäre ich schon nicht fuck äh, ne, nein, das habe ich nicht gesagt fuck ist ja überhaupt ja, wahrscheinlich geil, was man gesagt hat das habe ich nicht gesagt boah, wie habe ich das überlebt, jung mit, nach, 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 nach nein feindliche Vorräte über uns wo, 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 da den hol ich mir mein Gott nein voll die Vorräte das klauen ripper, nein Achtung, feindliches Donnergrollen unterwegs habe ich selber geblendet, dieses Video oh, nein, ich muss nicht aus oh, nein, ich muss nicht aus wuuh, klebe Rentenbonus feindliche Drohne nähert sich aber so klar warum kennt er jemand man, warum würde ich denn unbedingt auf den Headshot gehen und töte ihn nicht einfach hör auf damit genau so wie geil da hinten ich lebele grad voll schnell mit der M14 doch gut, ich möchte sie stark verstanden aber naja man lebele trotzdem nicht so schnell eigentlich damit ich liebe diese M14 nein, hätte ich den noch bekommen, weil dann wäre ich wieder positiv kommt's endlich Dankeschön, du hast mir so den Arsch gerettet, Junge nein, Junge hoffentlich habe ich ihn noch Streak geholt, Junge ey, Junge wenn du wirklich 2 cm dann ist sofort wieder schnurig dann ist sofort wieder schnurig ja, hoffentlich zu trollen wenn ein Tötchen werden scheiß Geist, Junge ja, hoffentlich ich hab ja jetzt doch Raps aber ich hab den einen auf Streak geholt ja, der ist nein, ein Rap im Haus ich brauch zwei Schuße, um Raps zu zerstören nein nur 4.000 AP, noch ein Game, noch ein Game Alter, bis ich dann irgendwann mal wieder an diese tagesdoppel und so krank und so und jahre Achtung feindlicher Zerberose unterwegs weiß ich mal besser äh Kürbungsbekommen und zwar meine Herrschaft doch noch besser, wenn du noch besser das oder wenn du immer die ganze Sachen machst du die wochenliche und so die tägliche da kriegst du erst in der Woche 100 köpft du safe wenn du dir immer immer machst HALF da sind wir da sind wir nicht mit Autor nicht mit Autor ich bin positiv noch du auch ich habe bis jetzt noch nicht geschafft das ja mit größten Lab habe ich wir haben noch eine Runde im Video 2000 AP hey wir gehen hier auch nicht auf KD hau zu ihrem Spaß oh god es ist mehr schwitzen als Spaß bei mir zumindest das war ja langweilig langweilig weil ich kein Buch mehr hatte suchst du neu? ok ich würde sagen das war's mit diesem Video ok bei dir ist schon auf ok habt Spaß in Youtube und auf unserem Kanal lassen ein Abo da und tschüss und tschüss ich mache immer noch Video noch die eine Runde bis ich nur 55 bin nur noch 2000 AP 2.114 ne äh suchst du neu oder wie ich mit Tode als du war hier zurzeit der Schichter ich habe auch viel mehr Kills die 400 Kills mehr ich bin nur knapp 3 Level über dir warum habe ich eben knapp 100 Tode mehr als du frage ich mich also wollen wir morgen zu Ding fahren wie du warte 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 stimmig er nicht dann zu offen Kerminkplatz der erste Woche wahrscheinlich wenn es zu lassen ich will auch da doch und nein also so und weil halt denkt von meiner Mutter jetzt kannst du mir bitte für Playstation PSN holen Fragezeichen wollen wir dann tropfen morgen zu dem fahren und paar Reese's kaufen ja ich darf das nicht mit den Reese's vergessen ich brauche Reese's du auch das wissen wir beide oder oder Phil putze morgen auch Reese's aber wieviel kostet das sind Prozent du kannst ja dann zwei sind Stück und wird zum Julien wir sind noch mal ich schalte auch nicht weil es jetzt schon natürlich der Bekommensäge war für die uns über 20 Prozent ich habe schon bei den ersten 20 Prozent der ich auch nur auf zwei Waffen so gezogen die Kölner war ein Schaubung und die Kanäle und dann das glaube ich schon weil das Video das Video verändern Einfach mal drauf schauen, wenn euch das Peck auch mal interessiert. Suchst du? Wir können aber wieder GTA zocken nach der Runde. Ja, wenn ich über 55 bin, gerne. Wie brauchst du das noch? 2000 EP. 2. 5. C4. Das gönnt ich mir, zocken. Dann können wir sie auch kennen. La 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 la! Wir haben hier. Ich schau mir deine KD an. Ab ist doch nur. Hä, ja geht eigentlich voll. 0,61er. 0,6. Wie früher soll ich denn dann morgen zu dir überfahren? Es ändert an AT. Was? Es ändert an AT-Verhältnissen. AT. Ja, du hast eine 0,71er. Du hast eine 0,6er. Na und? Ja, guck! Ich hab bald ne... Bei SN verhältst du hast du 0,43. Und du ne 0,2. 0,56 hab ich da. Und mir steht 0,2. Bei mir steht 0,56. Ja, du spielst aber nicht so lang wie ich. Pro Minute 170. Meisten Siege in TDM. 65 Siege und 114 Mieterlagen. Herrschaft haben wir 4 mal gewonnen. Für den Herrschaften bessere Punkte pro Minute als in TDM. Sklaver Herrschaften sind wirklich ne Scheiße. Weißt du nur. Ihr seht meine Übersicht stellt. Das war's. Moprika Entw alpha. Schau. Im und Ende � above die otros. nach sollten Sie nicht tun, Vielen Dank.